Mich, und das würde ich da knüpfen an das, was du am Anfang gesagt hast, Nina, es stört eigentlich, dass auch der Bundesgesundheitsminister so tut, als wenn wir uns wirklich, so kann man die Worte so ein bisschen deuten, noch ganz am Anfang dieser Pandemie eigentlich befinden. Also wir sind vielleicht im Sommer 2020, es gibt noch keinen Impfstoff und wir wissen auch noch gar nicht, welche Masken wir eigentlich tragen sollen. Und den Eindruck hat man, und wenn man in unsere Gesellschaft reinhorcht, ob es jetzt Schulen sind, ob es Behörden sind, ob es auch Beschäftigte in verschiedenen Firmen sind, hat man doch häufig, oder mein Eindruck ist zumindest, dass es eine neue Angstkultur gibt, die eigentlich dort aufhört, wo wir im Frühjahr 2020 gewesen sind. Also die so tut, als wenn es die ganzen Impfungen, Sie haben das ja gerade auch gesagt, nie gegeben hat. Sie haben auch angesprochen, dass man mit Impfungen natürlich in den meisten Fällen gar nicht so stark dann mehr erkrankte oder die Symptome gar nicht so stark waren.